Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir spielen heute Skid Crafter und der Crafter besitzt eine mobile Werkbank. Und noch dazu hat er jetzt 7 Leder und 6 Stücke, davor hat er glaube ich 4 Leder und 2 Stöcke. Wir machen einfach mal Start, was dann gleich mal losgeht. Und in den letzten Hunden wurde ich jetzt immer so kacke mies abgestaubt, das war richtig, richtig dumm. Und das hat mich jetzt auch persönlich aufgeregt einfach, weil man merkt einfach an welchen Tagen man öfters abgestaubt wird und an welchen nicht. Und das ist halt dann schon immer ziemlich krass. Wie ihr seht, ich bin in einer ungewohnten Umgebung, denn ich bin ja bei meinem Bruder, beziehungsweise bei meinen Brüdern und bei meinem Vater. Und bin somit nicht zu Hause, aber er gibt mir die Möglichkeit aufzunehmen. Also finde ich das schon ganz schön geil los. Bitte was Gutes, oh mein Gott, wie irgendwas Gutes. Nein, ich bekomme... Alter, also bei manchen Tagen ist echt der Wurm drin, muss ich echt sagen. Jetzt zum Beispiel, ich bekomme nur Leder und Äpfel. Jetzt habe ich zum Beispiel Eisen bekommen, das ist auch ganz gut. Aber in den letzten Runden jetzt wirklich, wo ich Craft gespielt habe, habe ich immer nur Äpfel, Leder und Sticks bekommen. Wo ich mir denke so, ey, ich bin Crafter, ich fahre auch mal was Gutes, danke, just... Also manchmal fühle ich mich da echt verarscht von dem Spiel. Das Spiel weiß schon, dass wenn ich aufnehme, dass es dann irgendwie anders sein muss, das Spiel. Das weiß ich mittlerweile schon. So, perfekto. Ey, wenn du mich jetzt ernsthaft targetest... Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, schäm dich. So, der kann jetzt erstmal weggehen. So. Der soll jetzt erstmal weggehen, der soll sich jetzt erstmal schämen gehen. Und zwar ganz, ganz tief. Ja, in den... Jetzt ohne Spaß. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Das ist so krass, dass einfach jetzt in den letzten Runden genau das passiert ist. Und nicht einmal, sondern dauerhaft. So, den haben wir down. Mit einem Herz noch überlebt. Und jetzt kommt der Nächste und wird uns abstauben. Aber das ist mir ehrlich gesagt jetzt auch egal, weil... Ich eskaliere sowieso gleich. Ich eskaliere sowieso gleich, wenn mich jetzt noch einer abstaubt. Aber gut. Ich bin heute eigentlich echt gut drauf. Das muss man echt mal sagen. Aber wenn dann solche Leute einfach direkt... Die holen sich nicht mal Holz, kümmern sich darum, dass man irgendwie Ausrüstung hat und so. Nein, die stehen einfach instant neben dir. Neben niemanden im Spiel stehen die. Aber neben mir stehen die. Und ich bin genickt. Das ist noch das Komische. Naja. Entweder funktioniert das Nick-Plage nicht ordentlich. Kann ich mir aber nicht vorstellen, sonst würden die meinen Namen schreiben. Mann. Leute. Und nicht wundern. Ich habe hier so eine komische Blase über meinen... Und keine Blase, irgendwie so ein komisches Ding halt. Ja, jetzt will ich sterben. Oh mein Gott. Super. Fast wieder vollgereckt gewesen. Falle ich vom Tower. Nur Idioten spielen heute. Natürlich nicht nur, aber... Ich könnte heute echt auslasten. Ich könnte heute echt auslasten. Das ist natürlich nicht böse gemeint für jeden Einzelnen, der hier spielt. Ich komme nur zu Leuten, die nicht ordentlich spielen. Oder die halt so eine Spielart haben, mit der ich heute zumindest nicht ganz klar komme. So. Und vor allem nicht, wenn ich Augenhebe. Aber egal. Das ist jetzt auch nicht der Sinn davon. Und zwar geht es ja um das Kid Crafter. Und ich möchte heute das Kid Crafter bewerten. Und... Also ich muss sagen... Ich finde es eigentlich ganz cool. Aber man sollte... Aber ich war dumm und hätte es eigentlich in so einer Map wie Desert usw. nutzen müssen. Denn es gab ja früher in Endergames noch so Biome, da wo es einfach keine Bäume gab in Desert. Und das ist halt dann schon richtig krass. Weil als Crafter kannst du da natürlich richtig gute Kills machen, weil keiner findet Bäume. Du hast aber eine Werkbank und Sticks. Das heißt, du findest ganz bestimmt sogar irgendwas, was dich dann höher bringt. Und das dann schon sehr, sehr cool. So, Männchen. Jetzt sind wir hier. Dann kann ich mir noch hier eine Post machen. Dann Schuhe. Ja. Schuhe sind auch ganz lecker. Zack. Und was mache ich mir noch? Einen Bogen kann ich mir nicht machen. Nee, aber Enderperlen habe ich hier. Und was zum Essen. Und ja, gut. Dann gehen wir mal weiter. Zu viele Leute leben gar nicht mehr. Und wir haben noch... Wir haben, glaube ich, erst eine Person gekillt. Ich möchte Kills machen, Leute. Ich möchte unbedingt jetzt Kills machen. Oh. Wir können das enchanten. So. Schärfe. Na, zum Glück Schärfe. Jetzt haben wir wenigstens ein Eisenschwert, das besser ist als ein normales Diamantschwert. Jetzt fänden wir mit Vollgas zum nächsten Gegner und werden uns den holen. Aber das ist wieder ein Turmbauer, so wie es aussieht. Doch nicht. Hier ist er. Und jetzt werde ich bestimmt weggeportet. Das sehe ich. Natürlich. Das ist immer so. Sehe ich einen Gegner, werde ich weggeportet. Das Spiel hasst mich. Heute. Sonst, wenn ich privat spiele, liebt es mich. Aber jetzt... Jetzt hasst es mich. Mann. Finde ich echt gemein, ich finde dieses Spiel. So, und Diamant. Okay. Sexy, sexy. Jetzt haben wir hier noch ein paar Diamanten. Sexy, sexy. Und dann gehen wir auch gleich weiter zum nächsten Gegner. So. Gut. Lass mich hier rüber. Dann hier rüber. Perfekt. Also wie gesagt, ich habe ja im Livestream und so weiter schon öfters erwähnt, dass die Videos deswegen unregelmäßig kommen. Also nicht wundern, wenn jetzt nicht jeden Tag eine Folge kommt, weil ich möchte ja auch nicht jeden Tag aufnehmen, weil erstens, wir haben hier eine gemeinsame Internetleitung, die nutze ich ja nicht für mich alleine hier, sondern die gehört ja meinem Bruder und ich möchte die natürlich nicht irgendwie die ganze Zeit strapazieren und so weiter. Also das müsst ihr schon verstehen. So, ein Ding haben wir nicht, einen Bogen, aber das ist nicht so schlimm, wir schaffen das auch ohne Bogen. Oh, da unten hat jemand eine Diabrust. Die hätte ich jetzt echt gerne. Jetzt kann ich natürlich abstauen, das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Oh, das war jetzt echt mies. Das war jetzt richtig mies von mir. Ui, ui, ui. Jetzt gehe ich mich erstmal schämen, vor allem weil ich mich vorhin noch so sehr über die aufgeregt habe, über Abstauber. Aber, oh, das tut mir jetzt leid. Das tut mir jetzt echt leid, so. Einen Goldapfel, den hätte ich gerne. Ist echt gut, das darf. Aber natürlich hätte ich jetzt recht viel geported. Die Dias, die sind auch noch ganz fresh eigentlich. So, richtig in der Hood. Oh, elf. Oh mein Gott, der ist komplett verzaubert. Jetzt will ich sterben. Oder er ist ungeheuer, glaube ich. So, Moment. Ich muss einfach mal ganz schnell jetzt was reinzlecken hier. Der holt sich natürlich jetzt den guten Stuff. Und, äh, ich esse jetzt erstmal den Goldapfel. Dann gucke ich mal, ob ich hier noch einen Bogen im Inventar habe. Nein, ich habe natürlich keinen Bogen. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Egal. Ich werde trotzdem versuchen, gegen ihn jetzt zu gewinnen. Nein, komm her. Komm her. Du musst sterben. Ich treffe ihn einfach nicht. So. Boat Spam for life. Alter. Oh mein Gott. GG. Das war jetzt ein bisschen sehr, sehr, äh, ein komischer Hinkampf. Der hat mir nicht gefallen. Ich hatte so gute Sachen, ich hätte irgendwie so taktisch kämpfen können, aber... Der hat mir nicht gefallen, der Hinkampf. Egal, Leute. Ähm, mein Fazit zu dem Kit, äh, mein Fazit zu dem Kit ist einfach. Es ist für mich ein gutes Kit, aber nur auf einer bestimmten Map, und zwar Desert, ähm, natürlich auch auf anderen Maps, weil du dir das Ganze am Anfang ersparst. Aber im Prinzip schafft man es ja eigentlich doch, jede Runde eine Werkbank zu haben. Ähm, und dann ist doch eine Map wie Desert, wo man vielleicht Schwerbäume findet, und so weiter, viel, viel besser geeignet. Ähm, ihr bekommt für mich natürlich eine Kaufempfehlung, aber es gibt eindeutig stärkere Kits. Aber ich finde es gut, das Kit, und, ähm, ich spiele es auch gerne so. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch übernimmt, lasst auch einen Daumen nach oben da. Äh, es wird wieder einen Livestream geben heute wahrscheinlich. Guckt da einfach mal bei Twitch vorbei. Ich weiß nicht genau, ob ich eine YouTube-Ankündigung hochlade. Und ich würde sagen, macht's gut, Leute. Hört rein und tschau. Hört rein und tschau.